Mein Name ist Lukas Neubauer, ich bin von der Firma Wieganglas in Steinbach am Wald und wir sind so circa für jede dritte Weinflasche in Deutschland verantwortlich und wollen das auch in den nächsten 50 Jahren noch bleiben. Wir als Behälterglasindustrie sind natürlich momentan mit extremen Herausforderungen und Veränderungsnotwendigkeiten konfrontiert. Wir haben natürlich schon länger diese Strategie, diesen Change hin zur Dekarbonisierung der Industrie auf dem Schirm, aber dem folgt natürlich eine langfristige Strategie. In dem Zusammenhang ist es natürlich für uns schön, dass man auch an der Hochschule die Notwendigkeit dieses Change Managements erkannt hat und diesen spezifischen Masterstudiengang ins Leben gerufen hat, auf den dann auch wir zurückgreifen können.